So, jetzt mal wieder ein Movie von uns. Wir sind in der Sauna. Ich schalte mal kurz drauf. Ja, dann muss er durchgehen. So, hier ist er wieder. An sich wollte ich ja so eine Saunaserie machen. Aber ich habe gesehen, dass euch das an für sich nicht so interessiert. Und da lassen wir es einfach mal weg. So, setz mich mal hierher. So, Otto freut sich. Bei Otto ist alles schick, alles schön. Guck mal, das ist es doch mal. Yeah. Wirklich, ich halte mal kurz da mal drauf. Aber eine musst du zu machen. Nur eine. Mach mal nur eine auf. Mal runterdrücken. Runterdrücken. Mäh. Ja, die Mutter macht es jetzt. Oh oh oh. Pickel-Alarm. So. So, an sich finde ich es heute sehr, sehr angenehm, sehr schön, sehr erholsam. Heute ist Sonntag, habe ich ja eben schon gesagt, wir sitzen in der Sauna und ich habe eigentlich keine Lust heute irgendwo rumzulaufen und zu machen. Ich werde wahrscheinlich demnächst auch jeden Tag erstmal eins reinsetzen. Es gibt Leute, die wollen jeden Tag gucken, privat schreiben wir da einige, über YouTube schreiben einige und das werden wir jetzt erstmal so machen. Und solange Lockdown ist und ihr habt alle Langeweile, machen wir das. Ja, an sich gibt es nicht viel zu berichten. So, ich fühle mich sowohl, ich bin voll happy zurzeit. Otto wächst und gedeiht, das ist so super, wenn der lacht und macht und tut, das ist herrlich. Ihr wisst ja, mit der Mutter komme ich auch zurecht, alles schick, alles schön. Das einzige Problem, ja, Problem nicht. Ich weiß nicht, für mich ist das jetzt nicht so müh, der ist so niedlich. Ja, ich halte noch mal drauf. Ja, da musst du aber ausmachen, Schatz. Du kannst es nicht laufen lassen und Oma kann auch nicht jedes Mal kommen. So, das einzige ist mit der Kamera, ich wollte das Update machen und ich weiß nicht, wen das auch schon mal passiert ist, ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben, der Karton von der Kamera ist weg. Ich hab den letzte Woche, hatte ich den rausgeholt, weil ich noch mal gucken wollte, was auf der Kamera steht und heute früh habe ich zwei Stunden die komplette Wohnung durchsucht, weg. Ich weiß nicht, jetzt hab ich natürlich kein Kabel, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das so hinkriege. Ich hab ja hier USB Anschluss und wie heißt das andere, müsste ich jetzt mal gucken, HDMI, wenn nicht, muss ich mir den Stecker munter holen und dann ist gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen erst mal in die Werbung und dann sehen wir uns. Bis gleich. Ich schalte noch mal kurz auf Otto drauf. 2.3 1.4 2.igner Also, bis gleich. So, hier ist er nochmal. Otto spielt immer noch rum. Otto ist fröhlich. Otto, Seppi, wir gehen hier gleich nochmal rein. Wir haben jetzt gerade Mittag gegessen. Das Einzige, was ich wieder mal gar nicht verstehe. Wir haben es ja in letzter Zeit so gemacht, ich und meine Frau, dass ich, weil ich ja so lange kein Movie reingesetzt habe, bin ich ja immer, stört mich ein bisschen, bin ich ja immer nach Bangkok gefahren. Das war mir ganz günstig, weil dann hatte ich einen Tag frei und ich versuche ja immer die Movies nicht so lange nach hinten zu schieben, sondern zu schnell wie möglich rein zu machen. Ja, jetzt ist es so, jetzt habe ich sie an, äh, wieder, wir telefonieren ja jeden Abend. Überlein, das habe ich ihr schon erklärt, das ist wie ein WhatsApp. Und da sagt sie zu mir, äh, sie könnte am Wochenende nicht, von ihrem Vater ist der Freund gestorben und da will sie zur Beerdigung. Ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich kann das nicht verstehen. Ich weiß nicht, ob ich hier der Einzige bin, der das nicht versteht, aber, äh, es ist im Prinzip so, äh, ein Kind, äh, braucht ja die Mutter und den Vater. Und ein Kind liebt dich richtig, äh, wenn du dich mit dem Kind beschäftigen tust. Äh, aber auch intensiv, was ich ja jeden Tag mache. Es nützt ja nichts, wenn sie, äh, äh, sie anruft und er spielt grad und will jetzt nicht unbedingt, weil er ja spielt, mit dir reden. Und sie sagt dann, aber Otto, ich lieb dich doch, ich schick dir doch Geld, unterhalte dich doch mit mir. Äh, äh, das, äh, das sind Sachen, die, äh, die verstehe ich nicht. Äh, die kriege ich irgendwie in meinem kleinen, äh, Kopf nicht rein. Und vor allen Dingen, äh, äh, sie hat ja nur das eine Kind. Und dann muss sie sich jetzt um, von dem Vater, der Freund kümmern. Also ich, ich begreif das nicht. Äh, ich hab mich jetzt entschieden, äh, äh, wir werden erstmal nicht nach Bangkok fahren, äh, weil mir das persönlich, äh, zu doof ist. Also wenn, äh, ich muss ihr ja nicht hinterherrennen, um, dass sie den Kleinen sieht. Ich hab sie jetzt angerufen, hab gesagt, äh, lass es einfach, kümmere dich, äh, um den Freund des Vaters. Oder, um dein Vater da. Und, äh, wenn du Otto sehen willst, dann musst du herkommen und feier, äh, äh, ich weiß nicht, wie soll ich mich ausdrücken, und mich stört das eigentlich weiter, dann bleiben wir eben hier. Es war eh immer ganz schön anstrengend für mich, nach Bangkok zu fahren. Und, ja, was ist er? Ja, du bist ja immer noch nass. Ja, nam. Ja, nam. Ab nam. Na wie, rennt sie wieder weg jetzt? Äh, die Mutter wird er brauchen. Und ich, äh, so kann ich gut filmen. Ich seh den Kleinen hier. Und, äh, er kann mit euch schwatzen. Also wie gesagt, ich versteh das einfach nicht. Das ist ihr Kind, die muss doch irgendwie, ich, äh. Aber ich hab manchmal, äh, äh, gibt's halt so Sachen, die ich noch nie verstanden hab. Äh, zum Beispiel, äh, von meinem, äh, besten Freund. Äh, die Frau, die ist ja auch da. Und das war damals so, die ist nach zwei Jahren, äh, sind wir in Nissan gefahren. Und da haben die auch nur diesen Wei gemacht, ihr wisst es hier. Und da ging das ganz normale Leben weiter. Also ich weiß nicht, äh, wo ich ja mit meiner Mutter noch, äh, kommuniziert hab und gemacht hab. Und wir haben uns da mal zwei oder drei Monate nicht gesehen. Da haben wir uns in den Arm genommen, äh, da gab's ein Küsschen, äh, links und rechts. Meistens war eins auf dem Mund. Und da hat sich jeder gefreut und da war die Welt in Ordnung. Äh, das ist bei Details, äh, sehr eigenartig. Ich hab das schon ein paar Mal gesehen, aber das ist wahrscheinlich so. Es ist ja auch so, dass im Schnitt, ähm, äh, die Mütter immer ihre Kinder, äh, äh, den Großeltern geben, äh, wenn die Kinder arbeiten und die Großeltern zu Hause bleiben. Und schicken dann Geld nach Hause, äh, dass das Kind erzogen wird. Äh, äh, ich versteh's eben nicht, weil es ist so geil. Äh, grade jetzt in meinem Alter, wo ich, ich ja schon, ich hab ja zwei Kinder schon großgezogen. Äh, äh, die sind ja weit über 30. Jeder hat seinen Weg gemacht. Die sind super glücklich, alle supi, äh, die haben eine Arbeit. Äh, wie man, äh, doch die schönste Zeit des Kindes, äh, wenn das heranwächst, miterlebt. Äh, dem Kind was lernen kann, was beibringen kann, und, ja. Äh, da wär's wieder zwei, drei Tage brachen, ehe ich das, äh, äh, richtig im Griff machen. Also bei uns Männern ist ja eh so, äh, bestört das nicht weiter so. Aber in ner ruhigen Minute denk ich jetzt immer mal drüber nach, ne. Ja, äh, ich würd sagen, äh, machen wir erst mal, wollen wir erst mal Witz des Tages machen. Ja, ich weiß nicht, wollen wir ein Witz des Tages machen? Ja, äh, in der Sauna in dem Wasser ist er immer happy. Also würd ich sagen, Witz des Tages. Alle Kinder fahren Bus, außer Rolf, der klebt am Golf. Der Golf fährt weiter und Rolf fährt breiter. Ha, 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 ha. Äh, war kein guter Witz. So jetzt auch nochmal, ähm. Das Einzige, was ich euch ans Herz legen möchte, ist, es ist ja so, dass ich öfters mal angehalten werde, entweder mit Otto oder YouTube. Ich finde das auch super. Ich bleibe da immer stehen. Da wird ein kurzer Schwarz gemacht. Und kann man sich kurz austauschen, machen tun, alles kein Problem. Keiner braucht Angst zu haben. Ihr könnt mich alle ansprechen. Ich habe nur manchmal das Problem, wenn ich mich natürlich mit Leuten unterhalte, die ich, wo, sage ich mal, ein 5-Minuten-Gespräch rauskommt, die habe ich natürlich nach einem Monat vergessen. Es ist natürlich so, dass ihr mich jeden Tag seht und ihr mich auf der Straße erkennt, aber ich damit zeitweise Probleme habe. Das war damals schon so. In meiner Bar, wenn da manchmal Leute reingekommen sind, da hat man sich auch mal eine Stunde unterhalten und dann hat man die ja nicht gesehen und da habe ich die irgendwie verbimmelt, vergessen. Ich kann mir da nicht so viel merken. Ich will das an und für sich auch nicht. Manchmal ist es natürlich ein bisschen peinlich für beide Seiten. Wie gestern hat mich auch wieder jemand angesprochen, da habe ich gesagt, wir haben uns doch schon mal getroffen. Nein, noch nie. Ja, aber ihr dürft mir da nicht böse sein. Es ist eben so, wie es ist. Und ja, ihr wisst ja, auch für meine Neuankömmlinge, ich bin nicht perfekt. Ich will es auch gar nicht sein. Es ist alles easy so, alles schön, alles schick und ich freue mich des Lebens. So, heute haben wir gerade Eis gekauft, da ist der Eis. Wir werden dann gemütlich nach Hause wackeln. Da werde ich natürlich wieder YouTube machen. Ich muss ja jeden Tag YouTube machen. Und auch so, noch mal was. Und zwar ist es manchmal so, dass ich auf meinem iPad sehe, dass mir jemand geschrieben hat. Und dann will ich antworten, aber finde das Geschriebene nicht. Und zwar habe ich natürlich nachher das Problem, dass ich, wenn ihr, wenn jemand was reinschreibt und ihr auf diesen Text antwortet, dann sehe ich das nicht. Mein iPad kann das irgendwie nicht rausfiltern, ich weiß nicht. Ich muss mir dann alle Kommentare, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, da steht unten drunter, Antwort, also in blau. Und da muss ich überall, wo Antworten stehen, aufmachen, gucken, aufmachen, gucken. Oh, das ist natürlich ganz schön anstrengend zeitweise. Es ist natürlich so, dass da man ab und zu eine Antwort flöten geht. In dem Sinne würde ich sagen, nicht mehr, dass ich übel. Das ist eben so, wie es ist. Zwei schöne Schwimmerinnen, aber ich kann jetzt nicht so draufhalten. Ja, reicht ja, wenn ich die schönen Mädels sehe. Das ist eben so, das ist ein bisschen komisch gemacht. Also bei mir ist das so, ich sehe, wenn eine Nachricht ankommt und dann drücke ich drauf und dann geht nur die Seite auf, wo alle Nachrichten getroffen sind. Also wenn das mal zu verloren geht, dann schreibt mich einfach nochmal an, ist alles kein Problem. Heute würde ich mal wieder besonders größen meine Freunde aus Touch to Win. Ihr wisst, das ist ein super Hotel in Chayabon. Hoffentlich ist euch aufgefallen, dass ich ohne Telefon das gemacht habe heute. Ich habe es auswendig gelernt. Der hat ein schönes Hotel dort. Super Typen, die zwei. Wenn ihr zum Beispiel mal nach Utantani fahrt oder nach Shanghai, dann könnt ihr dort halt eine Nacht schlafen. Das ist super. Ich werde wahrscheinlich demnächst auch nochmal hinfahren. Das waren zwei wunderschöne, erholsame Tage. Ich habe ja mit den allen zwei ein super Verhältnis. Wir haben uns viel unterhalten. Und in demzufolge wird er das wahrscheinlich nochmal machen. Ansonsten würde ich sagen heute. Abo nicht vergessen. Da haben wir auch nicht vergessen. Ich werde es mal so machen. Abo nicht vergessen. Irgendwas war noch. Gucken nicht vergessen. In dem Sinne würde ich sagen, bleibt mir gesund, bleibt mir treu und werdet glücklich. Wartet, ich gehe mal schnell zu Otto. So, der ist uns wieder traurig, wenn wir ihn nicht grüßen können. Oh, wie das ein eisig lecker ist. Ich begege. Und wie er eisig. Guck du, du. So, den haben wir nicht, ja? Ja. Ja. Schmeckt dir's? Ja. Ja. Ja, ich habe alles runtergetrubbelt. Ja. Ja. Sie sagst du gleich, Max? Ja, sagst du Tschüssi? Okay, also bis die Tage. Bye. Bye. Ja. Ja. Vielen Dank.